In Social Media, es gibt nur hauptsächlich vier Gruppen, die vor uns waren. Ich möchte mit euch dieses Thema behandeln, weil sie treiben ihre Fitna nach vorne und lügen über die Prediger von Ahle Sunnah nur, um Fitna zu schaffen zwischen den Geschwistern und ein Armer, der nichts zu tun hat, der weder Koran lernt noch Sunnah, sondern den hier immer macht. Uh, Abu'l-Bara, A'udhu Billah, was steht da? So. Jachua, wisst ihr, wie viele sich bei uns entschuldigen, die mit uns Takfir gemacht haben? Ich sage, warum hast du das gemacht? Ja, wir saßen unter Brüdern, dann habe ich gedacht, ich muss mitmachen. Die gucken Netflix und machen dabei Takfir auf uns, ja? Einer hat mir gesagt, wir gucken den ganzen Tag das und das und machen Takfir auf die Leute. A'udhu Billah. Er sieht dann was, wo ein Schia über uns etwas geschrieben hat. Also erstmal die Gruppierung, wer sind die heftigsten Gruppierungen, die uns bekämpfen hier? Nein. Die Ahbash. Sufis auch, natürlich, die haben immer einen Anteil, nicht nur am Tanzen. Nein. Okay, diese Leute lassen wir, weil selbst die Schia sehen die Ahmadiyya als Kufar. Reicht dir das? Bitteschön. Bitte? Nee? Weniger. Die Khawaridji und Takfiris, vor allen Dingen, diese verbreiten Lügen über uns und Lügen über die Religion und Lügen über die Gelernten. Und ich warne euch vor allem jeden Fitna-Prediger, der Al-Iyadu Billah nicht mal ansatzweise von Ilm etwas besitzt, der nur Gelehrtenaussagen nimmt, sie aus dem Kontext rausschneidet und sie so postet, wo die Leute nicht die Grundlage dafür kennen. Möge Allah diese Fitna-Prediger still machen oder sie von uns weit entfernen, Allahumma amin. Wer noch? Asha'ilah, ja, auch, aber nicht in der Heftigkeit. Nicht in der Heftigkeit. Das sind alles Gruppierungen, ohne Frage. Die Schia. Ich bin ihr Lieblingsdänik. Warum? Weil wir sie hart getroffen haben. Weil wir sie hart getroffen haben und genau benannt haben, wer sie sind. Wisst ihr, jeden zweiten Tag ungefähr habe ich eine Zeit lang Telefonate bekommen. Salamu alaikum. Die reden ja immer durch die Nase. Habt ihr das mal gemerkt? Ich weiß nicht warum. Salamu alaikum, Sheikh Abu'l-Barak. Ich wollte fragen, ob du kurz Zeit hast. Bitteschön. Subhanallah, ich merke von Anfang an, dass es einer, der etwas komisches will. Ich natürlich bin Sunni. Guckt mal, wie sie lügen, Waliyadu Billah. Der lügt. Warum? Weil Taqiyah, das Lügen für die Religion, das ist ihre Basis. Sie sagen eine Überliebung von Ja'far As-Sadiq. Radiyallahu anhu wa rahimu wa ta'ala. Ja'far As-Sadiq war von Ahl-Sunnah, nicht von Ahl-Shi'at. Genauso wie die Ahbar sagen, wir folgen welcher Rechschule? Der Schafiitischen Rechschule. Wallah, wenn er euch sehen würde, er würde euch alle Köpfe. Alle Sachen. Auzubillah, dass man sich As-Safi'i wa rahimu wa ta'ala, einer der geehrten Gelehrten zuschreibt. Und diese Leute haben nichts mit As-Safi'i zu tun. Taqiyah ist bei ihnen Religion. Man la taqiyah lah, la dina lah, sagen sie. Sie sagen, Ja'far As-Sadiq sagte, guck mal, wie sie lügen. Wenn sie über Ja'far As-Sadiq lügen, sollen sie nicht über uns lügen? Ja'far As-Sadiq, sagen sie, sagte, wer keine Taqiyah in der Religion praktiziert, das heißt, Lügen zum Nutzen in der Religion, so gehört er nicht zu uns, so hat er keine Religion. Das ist die Basis in ihrer Religion. Ja, Abu'l-Bara, wie verstehst du den Hadith so und so? Ich sage ihm dann gleich, Schi'i oder Sumi? Spielt das eine Rolle? Natürlich, in dem einen Fall verschwende ich meine Zeit, in dem anderen nicht. Für mich spielt das eine Riesenrolle. Ich habe keine Zeit für Kindergarten. Dann sagt er zwei, drei Wörter, dann sage ich ihm, du Unverschämter, sag, du bist ein Schi'i. Und ein Lügner dazu, weil du dich nicht mal traust wie ein Mann, mir zu sagen, dass du ein Schi'i bist. Das klingt hart für die Leute, aber wer macht die Fitna? Wir oder sie? Sie machen die Fitna. Sie erklären die Sahaba zu Kuffat. Sie erklären Aisha, radiallahu anha, Ummul Mu'minin zu einer Zaniya wal-Iyadu billah. Überlegt mal, über die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, sie ist meine Frau in der Dunya und in der Akhirah. Über diese Frau sahen sie eine Zaniya. Und beschreiben sogar die Plätze, an denen sie angeblich Sinner gemacht haben. Sollen wir solche Leute lieben? Dürfen wir solche Leute lieben? Bei Allah'in. Abu'l-Bara, innama al-Mu'minuna ikhwah. Richtig. Über wen haben wir gesprochen? Über al-Mu'minun. Über die Gläubigen. Wen hassen sie mit am heftigsten, neben Abu Bakr und Omar? Abu Huraira, radiallahu anha, und schaut mal die Überlieferung bei Imam Muslim, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, ein jeder Gläubiger liebt Abu Huraira. Ein jeder was? Jetzt weißt du, warum sie ihn hassen. Weil sie mit dem Glauben nichts zu tun haben. Deswegen hassen sie ihn. Deswegen hassen sie ihn. Welcome to the Athletic Jaunes' wir schauen sie ihn. yêu es zu schweren. Scheintwaare.